Das ist schon wieder Wood 66. Nee, Random Zivilist. Zivilian. Was? Random Zivilian. Erzähl wie Schröder. Wenn ich den nicht kriege, dürfte er mich exekutieren. Tankschen Raub. Der hat auch schon aufgegeben, schau. Der hat keinen Schraub, das kriegt der Schröder. Nee, ich meine nur, der steht drauf. Ach so, ja. Ein bisschen schnell gewesen der Typ. Ja, viel zu schnell. Ist das in Ernst? Der steigt einfach aus und macht irgendwas. Das geht eins an. Chef, passen Sie auf, das ist der unglaubliche Hulk, der ist grün. Ein Wunsch und einen schönen guten Tag, der Herr. Ja, was soll ich? Sie haben da was im Gesicht. Du wolltest es noch haben. Sie wissen das. Wissen Sie denn auch, warum unser Blaulicht an ist, während wir gerade so neben Ihnen stehen? Nee, entgegengekommen sind wir Ihnen mit dem Blaulicht nicht. Wir haben es denn angemacht, weil sie mit überhöhter Geschwindigkeit an uns vorbeigefeffert sind. Auf Landstraßen ist die maximal Geschwindigkeit 120 kmh und da waren Sie um einiges drüber. Ist das eine Möse oder was? Kennst du die nicht? Weiß denn einer genau, wie schnell er war? Nee, oder? Ja. Dann krieg ich noch kein Ticket. Kriegen Sie von mir einmal eine Verwarnung. Wenn Sie das nochmal sehen, dass Sie sich bei der roter Geschwindigkeit anhalten müssen, dann werden Sie ja immer ein Ticket zahlen müssen, ja? Denken Sie bitte dran, 120 kmh auf Landstraße und 50 kmh in der Stadt. Ich frage immer die Leute, warum sie da vorne hier ein Loch haben und keiner hat irgendwie eine Antwort. Warum? Für die Lüftung, ist doch klar. Nein, nein, 120. Und die Lüft rein? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Und immer schön an die Geschwindigkeit denken und denken Sie mal nachts auch Licht anmachen, ne? Gehen Sie sich mal waschen, die grüne Farbe tut Ihnen bestimmt nicht gut. An Ihrer Haut muss Luft dran, damit die Poren, die verdrecken noch sonst, ne? Hörig, fahren Sie mal zu Meckles. Ich möchte Chip McMangles. ... Tschüss, ich möchte das machen. Zwei Jochen Tochter noch waschen! Chica McMangles. Mit Sourcremesauce. Ich schwöre mir zu Burger King! Chef, können wir zu Burger King fahren? Ich will zum Kentucky. Kentucky? Oh, Herrgh. hab ich auch. Boah, wir hatten die so leergefahren. Das hat er nicht gecheckt, oder? Ja, was gecheckt, hast du was gesagt? Ich hab gesagt, Mac, es drive bei, ah, drive hin. Pass auf, wir fahren jetzt an den Gebäude rechts ran und tut's erst, wenn das Drive-Schalter wäre. Ah, jetzt fährt er schon weg, schade. Egal. Oh, fuck, hinten's kommt Fahrzeug. Oh, hallo. Was, Tim? Was machst du denn auf die Prozesse hier? Ja, das frag ich mich bei euch. Gute Morgen die Uhrzeit, warte. Die wollen Anzeige machen, oder? Ja. Scheiße, ich will mich verpissen hier. Die sind weggefahren. Ich fühle mich grad wie so eine kleine Ratte. Was macht ihr? Da oben. Oh. Ich mach dann ne Anzeige. Nein. Nein. So, einmal stehenbleiben, sofort stehenbleiben, sofort stehenbleiben, ohne Waffe aussteigen, ohne Waffe aussteigen. Träte halt den Fahrzeug. So, einmal stehenbleiben, ohne Waffe aussteigen, stehenbleiben und ohne Waffe aussteigen. So, einmal stehenbleiben, ohne Waffe aussteigen, stehenbleiben und ohne Waffe aussteigen. Gott, wir werden gleich rausgeschossen, irgendwo. Ihr seid wirklich noch auf dem Server, oder? Ja, ich schau schon. Weil hier meine Kollegen irgendwo bestranden sind. Da hinten ist er. Wo? So, links von uns. Kommt direkt auf uns zugefahren. Und wie können wir ihn in der greeted체? quindi landet auch, glaube ich. Oh, Gott, das steigt aus. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Schieß. Oder wir müssen das... Anhalten und sitzen bleiben. Oder wir müssen das... älter ist rasiert älter ist rasiert ich hab alle alle weg geholt ja weil die auf uns konzentriert waren wir haben sie auf uns konzentriert sei mal nicht so also ich ich bin auch da durch die mauer so wer ist das gut der kommt gleich mit weil der eine gruppierung ist von denen dann können wir gleich ein knasten wegen mordversuch naja viel spaß das ist ja noch quatsch irgendwie gequatscht habe im pürguss doch der gewunder jetzt geht er unter und da wollte ich Ich würde euch ein bisschen quatschen, wenn ihr eigentlich aussieht mit Praktikum und so. Und dann wird hier direkt Anfänger gemacht. Wedels, Stefan kurz ruhig, bitte. Wo ist denn der runtergegangen? Hier hinten, noch hinter der Hügelgruppe. Bei 40 Grad. Geht der runter. Könnt ihr markieren? Da, wo ich jetzt hinlaufe. Einfach. Schau einfach. Ja. Aber alle von Route 66 sind doch dauernd, oder? Das gehört auch dazu, der hat uns ja immer verfolgt. Ich bin oben auf dem Müllberg. Habt ihr Sichtkontakt? Noch nicht. Das sind diese. Was ist denn die so runtergegangen? Hast du einen Gefangenen dabei? Nee, ich werde beschossen. Du wirst beschossen? Ja. What the heck. Von wo werde ich denn beschossen, bitte? Will ich schon? Von der Hauptstraße? Das hat keiner von euch beschossen, oder? Nee, nee. Ich hab mich nicht einmal getroffen, aber irgendjemand hat gerade mit 6,5 Schale super hart geschossen. Meinst du, ich finde den Heli? Kann ich mich aber auch nicht beschossen haben. Wart mal da nichts. Alter, ich schieße im Motor aus von einem Scheißteil. Gefangene steht immer noch an der Posi, oder was? Ja. Wenn jemand's freimachen will ... Da ist der Heli. Könnt ihr markieren? Warum hab ich denn bloß einen Schuss im Magazin? Nicht geskillt? Jetzt muss man skillen? Hast du den gesehen? Der liegt direkt vor mir an dem Busch, bei meinen Steinen. Alles klar. Eldriss rassiert? Nice. Muss man das echt skillen? Ja. Welcher Skill ist denn das? Ja, dann machen's alle, oder? Was meinst du? Hättest mal doch du gefahren und ich hätt die Skills durchgeguckt. Meinst du mit einem X, oder was meinst du? Ne, es war noch einer. Das ist glaube ich irgendwie Officer. Es schießt einer ganz schlecht auf mich. Lappe du. Und woher? Ja, weiß ich nicht. Läuft nicht zum Gefangenen bitte. Also wenn der zum Gefangenen lauft, wird er dich beschossen. Mit der Everbus Officer hast du gesehen, ja? Komplett. 6,5 Millimeter und der schießt richtig schlecht. Ja. Aber keine Ahnung, irgendwo in der Nähe vom Gefangenen. Die fliegt irgendwo nach dem Moor rum, ne? Ich würd interessieren wo der Ficker ist. Naja, guck schon. Ist der im Schild? Irgendwo gegenüber von der Hauptstraße? Oder ist er irgendwo an den Häusern? 5. Rallye auf! Der schießt auf den Heli. Ach der schießt auf den Heli. Der muss irgendwann nach der Hauptstraße, wo dieser kleine Flussmündung zum Wasser ist. Ich hier? Ja. Von da kommen wir die Schüsse. Jetzt kommen die Schüsse von links, what the fuck. Ne. Doch. Geht hier ab? Siehst du was, Lachin? Ne. Hast du grad geschossen? Hast du grad geschossen, Lachin? Nein, 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 nein. Was ist hier los? Wir sind eben im Süden und eben im Osten. Was ist hier los? Ich weiß, dass mich irgendwas hier beschießt. Ja, wir wissen es halt nicht mehr. Route 66 haben wir eigentlich grad alle geholt. Warte, ich weiß. Eingefangenen haben wir noch. Ja. Ist hier auch Lucky Shot? Down. Ne, Lucky Shot? Ne, Lucky Shot nicht. Oder ist es nicht Lucky Seen? Der 56-66 Lucky Shot ist auf dem Server. Was? Und wann ist der bei 56-66? Ist ja wurscht. Ist auf dem Server. Ah, dann ist das der, weil der schießt richtig schlecht. Ich glaub, der ist irgendwo jetzt, wo ich gleich lang fliege. Ja, dann hab ich ihn auch vermutet. Irgendwo hier an der Straße. Irgendwo hier unter mir. Hattest du da ja Geisel alle Komplikationsmittel weggenommen? Ja, hab ich. Dass keine Geisel sind gefangen hat. Ja, Entschuldige. Enten macht Spaß. Verzeih mir nochmal. Seid auchkann geschlackst du da. Ich bin so der. Ich will ich sehen halt nicht. Du bist in. Als für Matt pro. What the heck. What the heck. Ich bin geschossen. Oh. ich mag glaube ich das Haus dann mal kurz und hau mal den Laser ich sehe ihn ich markiere ich habe ein falsches Schussband ich sehe ihn auch nicht komm ich will alleine an der Route 66 ist markiert es ist direkt an dem Weg an der Kreuzung bei den Bäumen check yo check hinter der Mauer der ist ganz vorne jetzt an der Straße an dem Busch schießt er auf den Heli oder? er läuft, er movt über die Straße jetzt sind eure Schlangen hat sich hinter einem Stein gelegt? wenn du steigernst habe ich auch nicht mehr da kam noch einer geschossen, oder? ne, ja, ich habe geschossen auf den er movt weiter nach rechts weiter nach rechts weiter bei den Felsen ich sehe ihn nicht mehr ich flinke jetzt genau drüber, pass auf er ist jetzt unter mir an der Mauer engine rot aber ich kann auch fliegen zwischen dieser Blechhütte und der Mauer nach rechts ok markiert mir das bitte noch mal ich umfahre den gerade einfach aber gibt es jetzt noch zwei oder einer? einer bei euch schon fast und über das? einer ja zurück zur Formation oh ok, ich bin nicht beschützt also der ist hier E2 er movt weiter in deine Richtung, Dörrchen aber hinter der Kuppe ich habe ihn gesehen, ich sehe ihn nicht mehr ja er ist jetzt vor dem Haus rennt weiter, ist jetzt rechts bei den Bäumen er läuft immer weiter zur Küste, Dörrchen ok er müsste jetzt hinter den ganz rechten großen Bäumen sein bei dir er schießt wieder auf mich er ist total auf mich fokussiert er ist jetzt bei den einen kleinen Steinen da vor dem Bäumen kannst du noch mal aktualisieren mit T? kann ich grad nicht ne, ich meine ähm großart uah, schwierig einzuschätzen T5 würd ich sagen ja, so in der Richtung im Netz am Strand na, löcheln halt ihn ja auf zum Gefangenen, Zwangsernähern keiner gestoppt von uns, oder? und alle 6 Minuten ja haben sich grad ein bisschen beschissen angestellt, oder? ja er hat keine Chance gehabt ja, weil ich das ganz allein ältere sowas wirklich aufgerollt war ja, die standen halt alle die waren alle auf jemand anderes fokussiert und er hat sie von hinten geholt ich hab, ich hab die Situation aufgemacht und die zwei sind halt in die andere Richtung gelaufen die sind um die Mauer gepiekelt ich hab auf die gezielt hab gewartet die haben eine Anzeige gemacht sofort ergeben und ich hab dann den Spot losgebracht oh, und die Liste ist aufgeräumt äh, das ist wo machen denn ihre Jungs so'n Blödsinn? Herr Goldfinger ja, weiß ich nicht keine Ahnung ich wollte einfach nur ein bisschen quatschen weil ich ja, wir wollten eigentlich auch nur quatschen ja, wir wollten eigentlich auch nur quatschen ja, deswegen ja deswegen hab ich mich ja auch gleich kooperativ verhalten ich versteh's einfach nicht tschüss tschüss wir wollten ja auch nur quatschen denn macht uns einer so ne Ansage naja können sehr froh sein sie leben noch mein Neckschef ist kaputt? oh man ja, da hat die Kollege wohl drauf geschossen, ne? ok naja muss ich halt in die Werkstatt schicken lassen Scheiben austauschen kommt ein Taro oh Gott, was ist denn jetzt? Taro, Mohawk, mit was dran hallo ist schon mal toll aufschieben so jetzt muss ich noch rauskriegen was ich skippen muss für Silencer da aber das war wo es das ist ist so ich wo es das ist